Herzlich Willkommen zu einem kleinen Info-Video hier. Na gut, was heißt Info-Video? Ich will euch bloß über eine Sache unterrichten. Und zwar werde ich jetzt eine neue Reihe starten, die heißt Can You Beat Me? Und da werdet ihr, also nicht ihr, sondern du, wenn du willst, gegen mich spielen. Was für Spiele? Ich habe jetzt zur Auswahl FIFA 14 auf der Playstation 3. Aber nur auf der Playstation 3. Und ich habe Worms Reloaded, oder? Ganz schön nachschauen. Ja, Worms Reloaded auf dem PC. Ich hätte liebend gern auch noch Assassin's Creed 3, also der Multiplayer. Aber da werde ich immer vom Server gekickt. Könnt ihr machen, was ihr wollt? Ich werde da immer vom Server gekickt beim Login. Von einem, der heißt Punkbuster. Egal wann ich da draufgehe, ich werde sofort gekickt. Ähm, sollte Assassin's Creed 3, weil ich habe den Support jetzt mal angeschrieben, sollte das doch klappen, mit AC3, dann schreibe ich das in die Videobeschreibung. Also schaut mal in die Videobeschreibung. Und wenn da oben steht, AC3 klappt auch, oder irgendwo in ein... Äh, ich werde auch die Spiele halt nochmal auflisten. Ähm, dann könnt ihr da mal schauen. Jetzt fällt mir gerade noch ein anderes Spiel ein, das ich hatte. Äh, Quantum Rush. Genau. Quantum Rush geht auch noch. Auf dem PC. Der ist jetzt bloß ein Client, den müsst ihr euch runterladen und dann hat er das Spiel drauf. Also alle Spiele, die gehen, sind in der Videobeschreibung. Ähm, was müsst ihr für Voraussetzungen erfüllen? Ihr müsst einfach, äh, entweder uns per Privatnachricht oder in die Kommentare schreiben, dass ihr, ähm, gegen uns spielen oder gegen mich spielen wollt. Ähm, und ihr müsst ein funktionierendes, gutes Mikro haben. Dann, äh, schreibe ich euch an, wenn ich euch auserwählt habe. Äh, übrigens, das wird nicht irgendwie so jetzt regelmäßig kommen. Das wird so kommen, wie ich Zeit habe. Und, genau, solltet ihr, ähm, ja, was weiß ich, Spielvorschläge haben, also, ähm, was man, was ihr gegen mich spielen wollt, dann könnt ihr das auch in die Kommentare schreiben. Ähm, das Problem, ich weiß nicht, ob ich das Spiel hab. Also als erstens schon mal, äh, es höchstens, ne, ja, höchstens ab 16, also ab 18 Spiele könnt ihr vergessen, schon mal. Ähm, ich hab, ich seh grad, ich schau grad meine, meine, meine Steam-Liste, meine Steam-Liste durch. Und ich hab da Dirt 3, Dirt Showdown, F1 2012, hab ich noch da. Boah, das könnte man ja alles gegenseitig super spielen. Ähm, na, das war's dann. Das war es dann mit den PvP-Spielen eigentlich. Ja, also noch mal zusammengefasst, was jetzt alles an Spielen geht. Steht auch in der Videobeschreibung. Dirt 3, Dirt Showdown, F1 2012. Allerdings muss ich da mal schauen, wie wir das mit dem, äh, 1 gegen 1 hinbekommen, weil ich glaub, da müssen immer drei Leute nieder, aber da können auch zwei Gegner neun davon, glaub ich. Naja, ähm, also F1 2012, Quantum Rush. Äh, was hab ich noch gesagt? Äh, Worms Reloaded. Also das sind die fünf auf dem PC. Und eventuell halt noch Assassin's Creed 3, aber, ne, wenn's läuft. Und dann halt auf der PS3 FIFA 14. Also, wenn ihr jetzt, ähm, gegen mich spielen wollt, schreibt's in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim ersten Can You Beat Me. Bis dann. Tschüss.